Musik Hey Leute, willkommen zurück in Command & Conquer In dieser Mission sollen wir gegen die Squints mal wieder kämpfen Und zwar ganz ohne die GDI, ist das nicht super? Der nervt Ja Gut, wir sollen die erobern, bevor sie zerstört wird Ja ne, ist klar Pah, Alter, was wollen die eigentlich alle von mir? Das ist aber, warum wir noch eine schöne Dings-Rafinerie haben wir keine Waffenfabrik, ne Alter, mit was fangen wir ja eigentlich an? Mit Sachen, die kein Mensch will Feindliche Einheiten in See Paul, das geht ja ab Natürlich Ja ne, ist klar Gibt es hier keine Verbindung? Doch Alter Schwede Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Paul, seht euch das Gebäude an Leute, wir bauen ein paar Venoms Weil diese Nordbikes sind eindeutig ziemlich schwach Seht ihr auch, der hat sich fast schon wieder Verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Was sollen wir machen? Los, los! Los geht's! Einheit verlobt Meine Güte Da ein paar Venoms Meine Güte Na ne, ist klar Komm, mach das Ding runter, Leute Geht doch Alter Schwede, das sind Missionen Wendungleiter bereit zum Abheben Skorpionpanzer Bauen wir ein paar Ingenieure Und am besten auch ein paar Verteidigungsstürme Ja ne, ist super klar Die Bruderschaft Vertrag Die Bruderschaft Vertrag Die Bruderschaft Vertrag Die Bruderschaft Vertrag Meine Güte Die Bruderschaft Vertrag Tiere suchen ein Zuhause Das mein ich jetzt nicht mehr wunderschönig Was geht denn hier jetzt ab? Los geht's! Was ist das denn hier? Schaut super Ha ha! Erledigt sie! Ja! Yeah! Meine Güte Das war auch abgeschlossen Ja ne, wie soll ich denn da rein? Patrouille bereit Schießen sie los Okay Verstanden Polter Weißer brauchen wir ja Dings Ja, ist schon klar Patrouille, verstanden Wir greifen an Roger Verstanden Die Kette ist stark Angegriffen Was gibt's? Ja 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 Patrouille bereit Oh ja, die können ja doch angreifen Die Oballisten Wir haben sie auf dem Radar Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Oh, die Nerven erfassen Wir verschatten Zeit Nerven nicht Wir brauchen Energie Natürlich, wir werden angegriffen Ungeeigneter Bauplatz In Position Ungeeigneter Bauplatz Unterstützpunkt wird angegriffen Natürlich wird der angegriffen Sammler wird angegriffen Ausbildung Siehlos behötigt Baut Lärf nicht Ausbildung Komm, wir brauchen es überhaupt jetzt Wir bauen wir eine schöne Ne, bauen wir doch lieber eine Kraft weg Abgebrochen Meine Güte Feindliche Einheiten in Sicht Schießen sie los Okay Tötet sie Was ist denn hier ein Ingenieur? Vertrauen Sie Da geht man da rein Okay Wenn im Gleiter bereits zu abheben Alles ruhig Verordinaten erfassen Schießen sie los Bereit Was geht's? Na super, ja Wenn im Gleiter bereits zu abheben Tiere suchen ein Zuhause Sind mal wieder zurück Um tierisch cool Spaß zu machen Alles ruhig Wenn im Gleiter bereits zu abheben Gehen wir auf die Hand Gibt's denn hier so schönes? Feindliche Einheiten in Sicht Alles ruhig Mehrere mich zielen Ja, bin bereit Los Gibt's denn hier so schönes? Sammelt die Kiste an, Leute Angriff Los, los Auf Patrouille Voll Los geht's Super, hier sind auch wieder welche Wo sind meine Ingenieure? Da Bloß nicht die Ingenieure abknallen Na super hier, alter Schwede Hört auf, die Ingenieure Platz zu machen Da, ober das Bauhof Geht doch Geht doch Geht doch Geht doch Irgendwas gesehen? Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Natürlich wird sie angegriffen Alles ruhig Okay, okay Bau abgeschlossen Feindliche Einheiten in Sicht Ungeeignete Aufmerksamkeit Na klar Beide Güte Natürlich haben die auch keine Flughafte, die Dietra Wir haben sie auf dem Radar Wettungleiter bereits abgeben Tiberium ist ungemessen Anstrengen Ja auch nicht Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Alles ruhig Ja Super Super Wir haben unser Forschungslabor Unzureichende Mittel Neue Bauoption Patrouille bereit Verstanden Alles ruhig Verstanden So So Diese Stocken regt mich auf Na wie sieht's aus Sammler? Ernte zu viel gekannt Was gibt's? Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben Verstanden Geht doch Ein bisschen mal Ein bisschen mal reparieren Super Ach du heilige Scheiße Ach du heilige Scheiße Ach du heilige Scheiße Unten gibt's hier was Alien Einheiten nähern sich von Norden Ach du Scheiße Gehen Sie los Gut gemacht Commander Aber die Invasoren erhalten Verstärkung Sie kommen von Westen Zeigen Sie den Pack Ihr neues Spielzeug Sie ist aus Okay Empfange Nachrichten Irgendwas gesehen Testen Sie die Funktionalität Der neuen Catalyst Rakete Alles ruhig Catalyst Rakete ist startbereit Unser Stützpunkt wird angegriffen Ziel wählen Neues Bonus Ziel Das Gebäude lebt noch Na klar Okay Geheimdienstdaten aktualisieren Werden Sie nicht zählen Alles ruhig Alles klar Hinten gibt's ja auch noch was Schießen Sie los Bau abgeschlossen Ungeeigneter Bauplatz Und merkt mir das eigentlich niemand Unser Stützpunkt wird angegriffen Was gibt's? Okay Feuer Irgendwas gesehen? Alles ruhig Kommt das Gebäude steht da sowieso scheiße Auf Patrouille Bin gleich dort Holen wir sie uns Ach kommt ihr Wichser Alles ruhig Was gibt's? Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Ausbildung Ein High Verloben Unser Stützpunkt wird angegriffen Tief ist die los Was soll das denn hier? Warum auch die Gebäude? Ach du Scheiße. Greif mal an. Sie können nirgendwo hin. Armin im Visier. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Meine Güte. Ausbildung. Alles ruhig. Was gibt's? Okay. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Muss denn jetzt mal ein Avatar, da ist er. Natürlich. Dachte ich mir. Jetzt wünsche ich dir alles ruhig. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Auf Patrouille. Was gibt's? Okay. Verstanden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Steuerung aktiv. Ba 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 da. Auf Patrouille. Dafür wurden wir ausgebildet. Greifer an. Patrouille bereit. Alles klar. Steuerung aktiv. Korb macht sie fertig. Macht das Scheiße hier. Ich leere mich Ziel. Wir haben sie auf dem Radar. Volle Energie. Ersehlicht. Ja. Kornfeld wegmachen. Eben auf Patrouille. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Avatar bereit. Wie sieht's aus? Ausbildung. Dafür wurden wir ausgebildet. Betriebsbereit. Sie können nirgendwo hin. Avatar. Unser Stützpunkt wird angst. Betriebsbereit. Ach ihr Wichser. Alter ich muss mich hier um tausend Seiten kümmern. Bau abgeschlossen. Wo ist denn jetzt hier mein schönes Gebäude? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Jetzt sagt nicht der hat sich da hinten gebaut. Doch. Idiot. Dafür wurden wir ausgebildet. Sie können nirgendwo hin. Fertig. Eine gute Leute. Na klar. Einheit wird angegriffen. Tiberium fällt abgebaut. Einheit verloren. Rollen wir sie uns. Super. Unser Dings der Wumster ist weg. Einheit befördert. Abgebrochen. Ausgleich. Betriebsbereit. Betriebsbereit. Was gibt's? Und wichtig Leute. Bloß sich das Ding hier zerstören. Das sorgt dafür, dass Tiberium nachwächst. Also lässt es am besten da. Greife an. Was gibt's? Super. Wir werden mal wieder herangegriffen. Wie sieht's aus? Ja. Einheit wird angegriffen. Die Catalyst-Staatsrahmen wird angegriffen. Die Unterstützung wird angegriffen. Wie wird immer angegriffen? Kommt, Alter. Fahrt alle zur Hölle. Alle Systeme bereit. Angriffen Sie los. Okay. Wie sieht's aus? Aber hat jemand nichts gemacht. Aber wenigstens lädt sie sich nach gut auf. Auf Patrouille. Bin gleich dort. Ich warte. Ausbildung. 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 Wie sieht's mit unseren Dings aus? Ich sag nicht, dass sich da hinten schon wieder gebaut. Nee. Betriebsbereit. Wo ist man Botschaft da? Ich hab da einen gebaut, oder nicht? Greife an. Werfen Sie los. Auf Patrouille. Alle Systeme bereit. Arbeiter bereit. Unser Stützpunkt für die... Arbeiter bereit. Und warum bauen die da immer wieder Gebäude? Hier. Es geht ja nicht ab. Avatar. Ich warte. Endlich. Und... Betriebsbereit. Und... Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Avatar. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Machen wir so'n schönen Oberlisten. Und durch ein paar Schüler zu machen. Da rennt die Penne einfach platt, Leute. Da rennt die Penne einfach platt, Leute. Ja. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Frau abgeschlossen. Und ich habe in Ordnung. Nähere nicht viel. Alter Schwede, was geht hier eigentlich ab? Alles klar. Langsam regt es mich über auf. Ihr sollt diesen Außenposten endlich mal vernichten. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Alter Schwede Boah, seht euch diesen Dreckskerlern Super, unser Obelisk ist weg Und jetzt haben die hier noch so komische Teile Alter, mich regt das jetzt wirklich auf Wie schwer kann es sein, so einen Außenposten zu vernichten Jetzt mal wirklich Geht doch, Alter Das Gebäude wird auch noch zerstört Und diesen Ding tun wir uns aber auch mal So Du Da Klar kann es jetzt nicht sein Alter, die bauen hier überall Gebäude, das riecht nicht auf Oh, lech in der Kiege Oh, Patrouille bereit Nähere nicht ziel Okay Avatar Roger Initialisiert Alter Alter Ich kann Ihnen helfen Keine Handführung Eine Handführung angegriffen Was gibt's? Oh Tiefen Sie los Immer wieder diese Dinger Okay Ja Türe suchen ein Zuhause So Jetzt wollen wir erst mal Upgrade hier Auf Patrouille Bin gleich dort Nord's Pläne werden durchgesetzt Nord Alles ruhig Ziel wählen Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Und zu reichen Nervt nicht Ich hab noch nie so ne verfruchte Mission gespielt Ja wirklich, Alter Da 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 Also, zwei Vasen zu halten, Leute, sind nicht besonders einfach, ja, das Ding kann man ja auch noch beobern Ausbildung Avatar Jetzt wollen wir uns das blaue Tiberium Alle Systeme bereit, helfen Sie los Sieht sie aus, wir sind wieder weg Ja, verstanden Hey, unser Avatar ist weg Was gibt es? Es wird uns gehören Patrouille bereit Die Brüder sind neutralisiert Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Super, ja Schießen Sie los Wir haben Sie auf dem Radar Mach Sie fertig Und 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 Geht doch Ich wurde die Natten erfasst Rückzug, Leute Ach, hör auf, meine Flugabwehr zu zerstören Die Tränen Brauchen wir noch ein Obelisk Alle Systeme bereit Alles ruhig Irgendwas gesehen? Do not destroy my Obelisk Okay, was haben wir denn hier, komische Terror-Kämpfer hier? Meine Güte, diese scheiß Alpen haben wir gesagt Die wird immer angegriffen Hier wird immer angegriffen Waffen-Minitriärin Alles ruhig Fertig So Ah ja, unsere Waffe ist wieder fertig Na, man müsste doch mal Geht doch, Alter Wenn die zu blutzen, ihre Gebäude zu reparieren Kann ich auch nix dafür Wie sieht's denn hier aus? Ausbildung Reparatur läuft Bau abgeschlossen Die Bruderschaft vertraut Ach ne, Leute Etwas nutzt ihr mich eigentlich schon wieder Die Bruderschaft vertraut Bau abgeschlossen Hier überall mal abgerätserforschen Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Ungeeigneter Bauplatz Flugabwehr Oberlisk Bau abgeschlossen Die Catalyst Startrampe wird angegriffen Ungeeigneter Bauplatz Nerf nicht Ist das nicht wunderschön hier, Leute? Bounce 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 Shadow Team Bau abgeschlossen Bounce Bounce Oh man passt, ich will das Töme Ah ja, unsere Waffe ist wieder fertig Oh, der Gegner hat ja hier so komische Superwaffen Ziel wählen Wenn im Gleis aber die Verhandlung Spilt Generator hier Wo ist denn hier das Spilt ist? Irgendwas gesehen? Ja, ich glaube vorher ist der Gegner sowieso schon tot, wenn ich so weitermache Also braucht uns das nicht mehr zu interessieren, wo der Spilt Generator ist Na, wo ist denn hier der Spilt Generator? Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung Bau abgeschlossen Alles ruhig Unser Stützpunkt wird angegriffen Ungeeigneter Bauplatz Hm Hm Ja, ja, kommt zu meiner Todesfalle Unsere Waffe ist schon wieder fertig, Leute Ziel wählen Also, wenn ich nichts besser wüsste, müsste die Mission Lock gleich schon vorbei sein Patrouille bereit Was gibt's? Na fast Okay Unser Stützpunkt wird angegriffen Sehre nicht zielen Ziele muss bilden Machen wir noch ein paar Sachen Und ein paar Arbeit haben Schießen Sie los Roger Ausbildung Ausbildung Alter Schwede Ziele Kommt noch einmal drauf Dann müsste die Mission vorbei sein Und dann, Leute Haben wir wieder ein Mission geschafft Ach, die Mission war jetzt aber nicht so schwierig, muss ich sagen Also, am Anfang vielleicht ein bisschen stressig, aber Dann ist es eindeutig Was soll das hier? 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 Kommt, das ist der letzte Schlag Gegen euch Alien futzen Was war's dann? Was macht ihr da? So, was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Noch irgendetwas? Hä? Ja? Hallo? Sieg? Geht doch! Leute, das war's! Vielen Dank fürs Zuschauen, das war die Mission Und wir sehen uns jetzt jetzt mal Bye-bye!